Hallo und herzlich willkommen hier zur Online Church im ICF Karlsruhe. Schön, dass du heute dabei bist, um mit uns gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Wir freuen uns, dass wir echt über YouTube einfach mit euch verbunden sein können. Wir können uns gerne auch Feedback reingeben unter dem QR-Code, den wir euch immer wieder einblenden. Den kannst du abscannen und dann kannst du uns auch schreiben, hey, das finde ich cool, das hat noch Verbesserungspotenzial. Und ich will einfach dir ganz kurz erklären, wieso machen wir das hier eigentlich? Und zwar diese Online-Show oder diese Pre-Show und dann auch nach dem Gottesdienst nochmal, die machen wir einfach, um dich noch mehr mit hineinzunehmen, um dich mehr noch teilhaben zu lassen an dem, was uns auch als Kirche bewegt. Und deswegen haben wir vor dem Gottesdienst immer ein Gespräch einfach mit einer Person oder einer Gruppe aus unserer Church, um ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Und nach dem Gottesdienst, das wird dann zur Post-Show sein, nach dem letzten Worship-Song, wird Daniel Herr, der heute predigt, unser Standortpastor aus dem ICF Rhein-Neckar da sein, und einfach nochmal auch persönlich auf die Predigt zu schauen, um dir so einen Mehrwert zu liefern. Und wir hoffen, das ist cool für dich, das kannst du uns auch sehr gerne mal feedbacken. Ja, da freuen wir uns echt, um auch immer wieder besser zu werden. Aber jetzt sitzt hier schon Steffen neben mir. Steffen, cool, dass du da bist heute Morgen. Wie geht's dir? Bist du fit? Ich bin fit und ich freue mich, auch euch nahe zu sein, so vor dem Gottesdienst mit euch verbunden zu sein. Das ist eine coole Sache und mit dir hier. Ja, sehr cool. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema ICF und Ökumene sprechen. Wir sind ja als ICF eine Freikirche. Vielleicht erklärst du einfach nochmal ganz kurz, hey, was ist eine Freikirche auch im Vergleich zu der evangelischen oder der katholischen Kirche? Die Freikirchen, die heißen Freikirchen, weil sie freiwillig sind in der Zugehörigkeit. Das ist eigentlich der Knackpunkt. Wenn du zu einer verfassten Kirche wie der katholischen oder der evangelischen Landeskirche gehörst, dann gehörst du dazu. Und das hat dich eigentlich meistens gar niemand gefragt, weil das ist entschieden worden, als du ein Baby warst und als Kind getauft wurdest. Bei den Freikirchen ist das anders. Da entscheiden sich Menschen erst für die Zugehörigkeit zur Kirche, wenn sie erwachsen sind. Deswegen haben wir auch in den Freikirchen keine Kindertaufe, sondern in der Regel Erwachsenentaufen. Und die Freikirchen, ist eigentlich alles freiwillig. Das heißt, es wird auch dein Beitrag, den du finanziell leistest zur Kirche, nicht als Kirchensteuer einbezogen, sondern jeder gibt freiwillig das, was er geben mag. Bei den Freikirchen ist es meistens so, dass die Menschen, die zu uns gehören, monatlich einen Dauerauftrag einrichten. Viele geben auch bis zu 10 Prozent ihres Einkommens da monatlich auch an die Kirche, damit diese Arbeit möglich ist. Und alles ist quasi freiwillig. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Und jetzt bist du ja auch der Vorsitzende der evangelischen Freikirchen hier in Karlsruhe. Ich hoffe auch freiwillig. Und mich würde interessieren, wie sieht denn da deine Aufgabe genau aus? Was machst du da? Wir haben vor circa fünf oder acht Jahren irgendwo in dem Zeitraum überlegt, wie könnten eigentlich die Freikirchen, die evangelischen Freikirchen in Karlsruhe für die Presse, für die Kommune und auch für die Ökumene ein bisschen fassbarer werden. Du musst dir mal vorstellen, wenn zum Beispiel unser Bürgermeister ein gesellschaftliches Problem hätte und einen runden Tisch einberufen würde und er würde auch die Kirchen mit einladen, dann würde er einladen, den evangelischen Dekan und dann würde er den katholischen Dekan einladen. Ja, aber wen denn dann für die Freikirchen? Weil das sind ja gleich 20 in Karlsruhe allein. Also haben wir gesagt, wir müssen uns ein bisschen zusammenschließen als Kirchen. Und das haben wir getan und damit zwei Vorsitzende gebildet und ich bin einer von den beiden Vorsitzenden, sodass die Ökumene, die Stadt, aber auch die Presse uns zu fassen kriegt. Und das ist eigentlich schon alles, warum es das Forum der Freikirchen gibt und warum ich dort Vorsitzender bin. Was würdest du denn sagen, wie ist denn so das Verhältnis mit den anderen Kirchen hier in Karlsruhe? Ja, das ist bei uns wirklich ein großes Geschenk und auch etwas, was nicht damit zu tun hat, dass ich jetzt das so gemacht hätte mit anderen, sondern das ist, glaube ich, schon ein Erbe, dass wir angetreten sind, dass die Kirchen in Karlsruhe sehr gut verbunden sind. Also geschwisterlich, in einer wirklichen ehrlichen, freundschaftlichen Beziehung. Zum Beispiel auch die evangelischen Freikirchen sind ja auch völlig verschieden. Da ist, ja, ich will es keine Einzelnen nennen, aber wir sind schon sehr verschieden. Und dass wir so miteinander können, hat auch damit zu tun, dass wir seit 25 Jahren am Donnerstagmorgen uns zum Forum Christlicher Leiter treffen und dort miteinander frühstücken und miteinander beten. Und da sind natürlich dann Beziehungen gewachsen. Aber was jetzt schön ist, in den letzten acht Jahren oder zehn Jahren, eigentlich ein bisschen seit dem Christiwell in Karlsruhe, sind auch Beziehungen zur evangelischen und katholischen Kirche gewachsen. Und wir verstehen uns immer mehr miteinander als eins in Christus quasi. Und um ehrlich zu sein, wir sind ja auch alle zusammen letztlich bei einem Unternehmen beschäftigt, mit einem Boss, der ziemlich weit oben sitzt. Und von daher, glaube ich, macht es ja auch Sinn, auf dieser Welt nicht sich zu verstreiten, sondern den Menschen auch zu zeigen, wir können miteinander, wir Freikirchler. Und wir lieben einander und wir wertschätzen einander und speichern uns nicht gegenseitig das Kirchesein oder gar den Glauben ab. Das ist eigentlich so der Hintergrund. Und das läuft in Karlsruhe, finde ich, ganz gut. Ja, und da trägst du natürlich auch maßgeblich dann mit dazu bei. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht immer einfach ist, weil das sind auch so unterschiedliche Leute und mit unterschiedlichen Präferenzen. Und wie sieht Gottesdienst aus? Wie sieht, was weiß ich, aus? Und ich glaube, das ist auch einfach mal, will ich dich auch ehren, Steffen, und dir sagen, das ist auch wichtig, die Arbeit, die du da tust und dich da auch immer wieder reingibst und Ideen reingibst und dich wahrscheinlich auch manchmal vielleicht wie zwischen den Stühlen fühlst, irgendwie zwischen A und B und C. Jetzt sind wir ja auch als ICF Karlsruhe noch in andere Netzwerke eingebunden. Vielleicht magst du uns dazu einfach noch kurz sagen, welche sind das denn? Ja, vielleicht noch ganz kurz, warum machen wir das? Warum sind wir in der Evangelischen Allianz? Warum sind wir in dem Freikirchen-Netzwerk? Warum sind wir im Forum christlicher Leiter, Sibylle und ich jetzt persönlich? Einfach deswegen, weil wir vernetzt sein wollen. Und diese Vernetzung hilft ungemein, auch sich selbst ein Gegenüber zu haben. Wir sind über die Corona-Zeit in schwierigen Phasen gewesen, alle Kirchen und auch alle Hotels und alle miteinander. Und wenn man da nur allein ist mit seiner Bubble, mit seiner Kirche, dann meint man oft, wir sind die Mitte, gell? Und dann merkt man vielleicht, oh, die anderen sind ja auch noch da. Und vielleicht sind wir ja gerade ein bisschen aus der Spur gekommen, ziemlich offroad. Und das hilft schon, wenn man da auch im Dialog ist mit den anderen, kann man sich selber auch so ein bisschen balancieren und schauen, dass keiner links und keiner rechts vom Pferd fällt. Ja, das ist wirklich richtig cool und Stichwort Offroad. Jetzt geht es auch weiter, gleich mit unserem Gottesdienst. Wir wünschen dir viel Spaß. Daniel Herr ist heute da und es geht um einen gefüllten Tank. Und wir sehen uns dann nach dem Gottesdienst wieder hier im Online-Studio. Viel Spaß. Tschüss. Vielen Dank.